Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Oh, 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 oh. Ah. 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 Mmm. Alles in Ordnung, Link? Wandbilder. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheint Hylianer wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde. Und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich! Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell! Guck mal! Das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Ich habe dasーん unterhalten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Kling. Zelda. Und du, Träger des Bannschwertes, Link. Rauros große Prophezeiung. Sei jämmerlich, Herr Firma. Woher kennst du unseren Namen? Rauros große Prophezeiung. WDR mediagroup GmbH Link! WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH